Hare Krishna, ihr Lieben! Willkommen zum sechsten Teil. Heute lese ich euch das vierte Kapitel vor. Es heißt Der blinde König. Für die Prinzen war es nun an der Zeit, Thronas Schule zu verlassen. Damit wurde für sie die Entrichtung der Dakshina fällig, des traditionellen Lohns, den der Lehrer zum Ende der Ausbildung von seinem Schüler verlangt. Throna wollte nur eines von ihnen. Nehmt König Trupada von Panchala gefangen und bringt ihn mir lebendig her. Die Prinzen wussten, was es mit Thronas Wunsch auf sich hatte. Er hatte ihnen nämlich erzählt, dass er und Throna einst befreundet gewesen waren, während sie zusammen im Ashram des Rishis Agni Vesha lebten. Als künftiger Thronfolger Panchalas hatte Throna damals Throna versprochen, er werde beim Antritt seines väterlichen Erbes das Königreich mit ihm teilen. Doch als es viele Jahre später so weit war und der mittellose Throna seinen alten Freund an das Versprechen erinnerte, musste er sich verletzende Worte anhören. »Du, mein Freund, für wahr, kein schlechter Scherz«, spöttelte Trupada. »Offenbar bildest du dir sehr viel auf eine längst vergangene Bekanntschaft ein. Nein, das schlage dir nur gleich aus dem Kopf. Die Zeiten haben sich geändert. Was soll ich mich mit einem dahergelaufenen Bettler gemein machen? Gekrönte Häupter wie ich verkehren nur mit ihresgleichen.« Trupada gab Throna ein Almosen und schickte ihn fort. Tief gekränkt ging Throna seines Weges. Er bedauerte es sehr, dass der König sein Wort gebrochen hatte und konnte den Vorfall nicht mehr vergessen. Obwohl Throna mittlerweile ein unvergleichlicher Meister der Waffenkunst geworden war, sann er nicht darauf, Throna aus Rache zu töten. Er hielt es für besser, dem machttrunkenen Monarchen eine Lektion zu erteilen und ihn dazu zu bringen, sein Versprechen doch noch einzulösen. Und hierzu wäre es am besten, so dachte er, wenn Trupada sich den Prinzen, den Schülern Thronas, im Kampf geschlagen geben müsste. Dojodan griff zu seinem Bogen. »Mein Lehrer«, sprach er, »dein Auftrag ist so gut wie erledigt. Bald wird dieser hochmütige König in Fesseln vor dir stehen.« Unverzüglich bestieg Dojodan seinen Streitwagen und jagte in Richtung Kampilia davon, gefolgt von seinen Brüdern. Unter wildem Kriegsgeschrei und mit erhobenen Waffen drangen sie in die Hauptstadt der Panshalas ein. Throna und die Pandavas, die ihnen gefolgt waren, warteten in einiger Entfernung vor den Stadttoren. Sie glaubten nicht, dass die wilde Attacke der Kauravas gegen den mächtigen Trupada Erfolg haben könnte. »Lasst uns mit unserem Angriff warten, bis der Irre zurückgeschlagen ist«, schlug Arjuna vor. Als Trupada den Überfall auf seine Stadt gewahrte, bestieg er sogleich sein Kriegsgefährt und eilte den Angreifern entgegen. Im Nu war ein Heer versammelt, das den Kauravas auf den Straßen der Stadt gegenüber trat. Trupada wirbelte in seinem Streitwagen umher wie ein junger Tänzer und überschüttete Dojodan und seine Brüder mit unzähligen Pfeilen. Seine Soldaten bedrängten die 100 Prinzen von allen Seiten. Auch die Bürger Kampilias nahmen an dem Gefecht teil. Sie kamen aus ihren Häusern gelaufen und hieben mit Knüppeln und Stöcken auf die Kauravas ein. Durch den heftigen Angriff tausender von Zivilisten und Soldaten sahen sich die Kauravas zusehends in die Enge getrieben. Auch Trupadas Pfeile verfehlten nicht ihre Wirkung. Die getroffenen Prinzen schrien vor Schmerz und schon bald ergriffen sie alle die Flucht. Es entspann sich eine wilde Verfolgungsjagd, bei der die Kauravas nur mit knapper Not entkamen. Die Pandavas lachten. Wenn sie nur so gewandt mit ihren Waffen wären, wie mit ihren Worten, scherzte Arjuna. Dann wandte er sich an Yudhishthira. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Bitte lass mich und die anderen mit Trupada kämpfen, während du hier bei Throna bleibst. Yudhishthira nickte zustimmend. Und nachdem seine Brüder Throna ihre Achtung erwiesen hatten, nahmen sie die Panchalas ins Visier und stürmten los. Trupada, der mit einem weiteren Angriff rechnete, hatte ein Heer mächtiger Kriegselefanten vor der Stadtmauer aufgestellt. Bhima schwang seine Keule und rannte auf sie zu. Arjuna folgte ihm auf einem Streitwagen, flankiert von den Zwillingen. Er schoss eine Unmenge von Pfeilen ab, die wie dichte Bienenschwärme auf die Panchalas niedergingen. Bhima stürzte sich auf die Elefanten und unter seinen gewaltigen Keulenhieben brachen die Kolosse brüllend zusammen. Wie ein Sturmgewitter fegte er durch die Reihen der Panchalas, die, gleich eine Herde Rinder, hilflos von ihm zurückgedrängt wurden. Als die vier Brüder in die Stadt eintrangen, trafen sie auf Trupada, der von seinen Truppen umgeben war. Arjuna stieß seinen gellenden Schlachtruf aus und ließ sogleich einen Pfeilhagel auf Trupadas Streitkräfte niedergehen. Ohne Unterbrechung schwirrten seine Pfeile in alle Richtungen, während Arjuna furchtlos in die feindlichen Reihen vorpreschte. Die Panchalas verteidigten sich energisch. Keulen, Pfeile, Wurfspieße und andere und Sperre flogen auf die Pandavas zu, doch die Brüder wehrten die Geschosse mit ihren eigenen Waffen meisterhaft ab. Dann geriet Arjunas Kriegerblut in Wallung und er kämpfte mit doppeltem Einsatz. Sein Zücken und Abfeuern der Pfeile verschmolz zu einem einzigen Bewegungsablauf, deren Phasen niemand mehr zu unterscheiden vermochte. So schnell folgte ein Pfeil dem anderen. Unterdessen wütete Bima mit seiner Streitkeule unter den Feinden wie ein Berserker. Den zwei Brüdern war einfach nicht beizukommen und so flohen die Panchala-Soldaten in Angst und Schrecken. Allein Trupada war kühn genug, ihnen die Sturm zu bieten. Auf einem großen goldenen Streitwagen thronend, pries er die Künste der Pandavas. Dann spannte er seinen Bogen und schoss mehrere messerscharfe Pfeile ab. Sie trafen Arjuna mit großer Wucht, prallten aber von seiner Rüstung ab. Weitere Pfeile schwirrten auf Bima zu, der sie jedoch mit seiner Streitkeule unschädlich machte. In Sekundenschnelle antwortete Arjuna mit 50 Pfeilen, die Trupadas Bogen zersplitterten. Seine Fahnenstange entzweischlugen und seine Schlachtrosse dahin rafften. Eine weitere Pfeilsalve brachte den Panchala-König zum Taumeln. Arjuna warf seinen Bogen beiseite und nahm ein Schwert zur Hand. Er sprang zu Boden, rannte mit ein paar flinken Sätzen zu Trupadas Streitwagen und packte den verblüfften König fest am Kragen, wobei er ihm das Schwert an die Kehle setzte. Dann fesselten die Brüder den besiegten Herrscher und brachten ihn vor Drohner. Drohner lächelte. Also, großer Herrscher, wie mir scheint, sind dein Königreich und deine Schätze nun an mich gefallen. Trupadas stand mit gesenktem Kopf da. Er konnte nichts entgegnen. Drohner legte ihm einen Arm um die Schultern. Hab keine Angst. Ich bin ein Brahmane und die Pflicht gebietet mir, stets zu vergeben. Ich empfinde sogar immer noch Zuneigung zu dir und würde unsere Freundschaft gern erneuern. Doch wie können ungleiche Freunde sein, aus diesem Grund werde ich dir die Hälfte des Panschala-Reiches zurückgeben. Trupada atmete schwer. Zähne knirschend und mit größter Mühe presste er ein Lächeln hervor und antwortete, Drohner, ich bewundere deinen Edelmut. Lass uns also wieder Freunde sein und das Reich der Panschalas unter uns aufteilen. Nachdem Brahmanen die Zeremonien durchgeführt hatten, durch die Drohner als Herrscher der nördlichen Panschalas eingesetzt wurde, ließ dieser Trupada frei. Der Hälfte seines Reiches beraubt, zog der König Wut und Brand davon. Eines stand fest. Seine verlorene Ehre musste gerecht werden. Doch wie? Wer konnte sich mit Drohner im Kampf messen? Selbst seine Schüler schienen unüberwindlich zu sein. Nachdenklich kehrte der König zu seinem Palast zurück. Die Lage in Hastinapura blieb für die Pandavas weiterhin gespannt. Ständig waren sie auf der Hut, da sie jederzeit auf weitere Bosheiten Duryodans gefasst sein mussten. Der Korava-Prinz war hochmütig und dem Laster verfallen. Er und seine Brüder hatten eine große Schwäche für Frauen und Wein und sie lachten über die Pandavas, die strikt an tugendhaften Grundsätzen festhielten. Tritrashtra war gut zu seinen Neffen, doch allzu nachsichtig mit seinen Söhnen, denn er duldete ihre Ausschweifungen und unternahm nichts gegen ihre Feindseligkeit gegenüber den Pandavas. Eines Tages kam ein Gesandter aus dem nahen Mathura, um Tritrashtra einen Besuch abzustatten. Mathura war die Hauptstadt der Yadus und der Frischnis, die freundschaftliche Beziehungen zu den Kurus unterhielten. Auch familiäre Bande verknüpften sie, denn Kunti entstammte dem Hause der Frischnis. Ihr Bruder Vasudev hatte einen Sohn namens Krishna, der nach Ansicht der Rishis der höchste Herr in menschlicher Gestalt war. Als Krishna von den Schwierigkeiten hörte, die seine Tante Kunti und deren jungen Söhne in Shastinapura zu erdulden hatten, hatte er seinen Berater Akrura ausgesandt, um die Lage zu erkunden. Nachdem Akrura von den Kurus in aller Form empfangen worden war, begab er sich zu Kunti. Sie war überglücklich über seinen Besuch und fragte ihn nach dem Befinden all ihrer Verwandten. Besonders interessierte sie sich für Krishna, den sie als Gott anerkannte. In ihrer Sorge um ihre Söhne erflehte sie beständig seinen Schutz. Denkt mein Neffe Krishna an mich und meine Söhne? fragte sie Akrura. Weiß er, dass ich hier inmitten vieler Feinde leide wie ein Reh unter Wölfen? Kunti war sich sicher, dass Krishna genau über alles Bescheid wusste. Es gab nichts, was er nicht wissen konnte. Akuras Ankunft in Shastinapura war Beweis genug, dass Krishna an sie dachte. Sie offenbarte Akura einfach nur ihre Gedanken. Akura beteuerte ihr mit beruhigenden Worten, dass Krishna oft von ihr spreche. Auch habe er von Dodans Anfeindungen gehört und würde sicherlich bald zu ihr kommen. Nur habe er zuvor noch ein paar wichtige Angelegenheiten in Mathura zu erledigen. Kunti hatte gehört, dass Krishna vor kurzem einen dämonischen Königs namens Kansa getötet hatte, der irgendwie zur Herrschaft über Mathura gelangt war. Kansa hatte wiederholt versucht, Krishna und dessen Bruder Balaram, die in dem Dorf Rindavan aufgewachsen waren, zu töten. Nachdem Kansa die Prophezeiung vernommen hatte, Krishna werde ihn töten, sandte er zahlreiche Dämonen aus, um ihn aus dem Wege zu schaffen. Doch Krishna und Balaram vernichteten sie alle. Zuletzt gingen die göttlichen Jungen nach Mathura und töteten Kansa eigenhändig. Akura tröstete die weinende Kunti. Alle deine Söhne sind Erweiterungen von Göttern und zudem Geweihte des Höchsten Herrn, was sie unter seinen ständigen Schutz bringt. Die Koravas werden ihnen nichts anhaben können. Akura blieb mehrere Monate in Hastinapura, da er einen umfassenden Überblick über die Lage haben wollte. Als er schließlich bereit war, nach Mathura zurückzukehren, sprach er noch einmal mit Riddharashtra. Mit seinem politischen Scharfblick hatte er erkannt, dass letztendlich alles von diesem blinden König abhing. Riddharashtra war kein eingefleischter Bösewicht wie Kansa, aber insgeheim unterstützte er seine Söhne in ihren niederträchtigen Absichten. Es stand in seiner Macht, eine offene Auseinandersetzung zu vermeiden, indem er Duryodans Treiben ein Ende bereitete, zum Beispiel, indem er ihnen in ein fernes Land schickte. Riddharashtra lauschte schweigend Akuras Worten Mein König, der Thron, auf dem du hier sitzt, ist dir nur umständehalber zugefallen, als einem Stellvertreter. Der rechtmäßige König war Pandu, und somit haben seine Söhne den Hauptanspruch auf den Thron, zumindest aber den gleichen Anspruch wie deine Söhne. Aus diesem Grund solltest du alle Prinzen gleich behandeln. Für einen Weisen sind alle Lebewesen gleiche Teile des höchsten Herrn. Zuneigung zu Familienmitgliedern entsteht aus Täuschung. Als großer König ist es deine Pflicht, unvoreingenommen zu regieren und solche ewigen spirituellen Wahrheiten stets zu beachten. Driddharashtra hatte nichts einzuwenden. Der Minister, der frischen ist, hatte dem blinden König deutlich gemacht, dass er nur das Schicksal herausforderte, indem er sich den Grundsätzen der Ethik widersetzte. Wenn er nicht auf rechtschaffende Weise mit den tugendhaften Pandavas umginge, werde er am Ende nur Kummer ernten. Driddharashtra seufzte. Ich weiß wohl, wie recht du hast, weiser Akura. Ach, wäre es mir nur möglich, deinen Rat zu befolgen. Die Zuneigung zu meinen Söhnen ist zu stark. Vielleicht möchte ich, dass sie das werden, was ich nicht werden konnte. Immer schon hatte Driddharashtra seine Blindheit verflucht. Das Blut der Kurus floss in seinen Adern und somit war er ein mächtiger Krieger, doch er hatte dies niemals beweisen können. Pandu war es gewesen, der ausgezogen war und den Ruhm der Kurus verbreitet hatte. Und Pandu war es auch gewesen, der die Liebe und Bewunderung des Volkes gewonnen hatte. Die Bürger waren nicht glücklich gewesen, als Pandu in den Wald zog und den blinden Driddharashtra an seiner Stadt als König einsetzte. Der König fuhr fort. Was soll ich tun? Ich bin nur ein Mensch, gefangen von Hass und Verlangen. Der Herr hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Die Welt dreht sich nach seinem höchsten Willen. Nun ist er erschienen, um der Erde ihre Last zu nehmen. Und dies wird gewiss geschehen. Wer kann den Lauf des Schicksals ändern? Von weisen Brahmanen hatte Driddharashtra gehört, dass Krishna erschienen war, um alle dämonischen Elemente auf Erden zu vernichten. Vielleicht gehörten dazu auch Duryodhan und seine Brüder. Falls dem so war, was konnte Driddharashtra dann noch unternehmen? Und weshalb sollte sich überhaupt jemand sorgen? Krishna würde die Lage schon bereinigen, wenn er tatsächlich der höchste Herr war. Akura erkannte, dass er mit seinem Rat auf taube Ohren stieß. Driddharashtras Blindheit wurde durch seine Weigerung verschlimmert, den Tatsachen ins Auge zu sehen oder zumindest verantwortungsvoll zu handeln. Nun konnte die Angelegenheit nur auf eines hinauslaufen und darüber war sich Driddharashtra zweifellos im Klaren. Seine bewusste Bevorzugung der Koravas gegenüber den Pandavas musste unweigerlich in einer Auseinandersetzung enden, die schließlich zum Untergang der Kuru-Dynastie führte. Akura verabschiedete sich von Driddharashtra und begab sich nach Mathura zurück. Nach Akuras Abreise wurde Driddharashtra von schweren Sorgen geplagt. Vielleicht konnte er doch noch etwas tun. Pandos Söhne waren zweifellos die rechtmäßigen Thronerben. Zudem waren sie tugendhaft und mächtig und das Volk schätzte sie sehr. Juddichthira eignete sich ganz besonders zum Herrscher, da er ein bemerkenswertes Verständnis von Religion und Gesetz hatte. Der König musste zugeben, dass seine eigenen Söhne den Pandavas unterlegen waren. Doch mit der Vorstellung, das Reich den Pandavas zu überlassen, während seine eigenen Söhne leer ausgingen, konnte er sich nicht einfach anfreunden. Ganz abgesehen davon, dass er selbst dann zurücktreten müsste. In seinem Zwiespalt ersuchte Driddharashtra Bhishma, Vidura und seine Hofbrahmanen um Rat. Sie alle äußerten sich unmissverständlich. Juddichthira sollte als Prinzregent eingesetzt werden. Bhishma sagte, das ist der einzige rechtschaffende Pfad, mein König. Viele Male schon sind Volksvertreter mit der Bitte zu uns gekommen, der Prinz möge zum Thronfolger gemacht werden. Nun ist er voll ausgebildet und hoch befähigt. Verzögere seine Einsetzung nicht länger. Driddharashtra konnte keine Einwände erheben und ließ bald darauf die Zeremonie durchführen. Zur Freude des Volkes und zu Duryodans Leidwesen wurde Juddichthira zum Thronerben ernannt. Der Korava-Prinz war fassungslos. Wie konnte sein Vater dies zulassen? Als Bhima seinen Ärger und seine Bestützung sah, spottete er über ihn und äffte seine betretene Miene nach. Duryodan gab Karna und Dushazan einen Wink und stürmte mit ihnen davon, um sich mit Shakuni zu beraten. Als die vier unter sich waren, brach Duryodan in Zorn und Klagen aus. Werter Onkel, es geht so nicht weiter. Ständig Bimas Gemeinheiten und Sticheleien und nun ist Juddichthira auch noch Prinzregent geworden. Und ich? Ich bin ein Niemand im Palast. Was können wir nur tun? Während Duryodan so weiter schimpfte, blickte Shakuni nachdenklich drein. Plötzlich jedoch erhellte sich sein Antlitz. Ich denke, das große Fest in Varanavata wird in Kürze stattfinden. Der König schickt stets einen Stellvertreter zu dieser fernen Stadt, der an ihrer Jahresfeier teilnehmen soll. Warum sollten nicht die Pandavas diejenigen sein, die dieses Jahr losziehen? Duryodan konnte nicht folgen. Shakunis Mundwinkel verzogen sich zu einem leichten Lächeln. An diesen heißen Orten entstehen häufig Brände. Wäre es nicht ein schreckliches Unglück, wenn die Pandavas in einer solchen Feuersbrunst umkämen? Duryodans Augen weiteten sich und er nickte. Er hatte verstanden. Duschazan lachte und schüttelte Shakuni die Hand. Doch Karna konnte ihnen nicht beipflichten. Er sprang auf. Ich kann keinen Verrat gutheißen. Wir sind Krieger und können mit Waffen umgehen. Wenn wir Feinde haben, so lasst uns in den Kampf ziehen und die Rechnung auf ehrbare Weise begleichen. Shakuni ging zu ihm und nahm ihn bei der Hand. Mein lieber Junge, du bist zweifellos ein Held. Doch scheinst du die Macht der Pandavas vergessen zu haben? Es ist niemals ein weiser Zug, jemanden anzugreifen, der stärker ist. Erinnerst du dich nicht daran, was sich in Kampilia zutrug? Hast du nicht selbst gesehen, mit welcher Leichtigkeit Bima die Korava-Prinzen packte und umherwarf? Karna machte ein finsteres Gesicht. Er zog es vor, nicht mehr an den Vorfall von Kampilia zu denken. Dort waren die Koravas überrumpelt worden, weil sie Trupada unterschätzt hatten. Die Pandavas hingegen hatten den Vorteil, einen Eindruck von Trupadas Stärke zu bekommen, bevor sie angriffen. Sag, was du willst, Schakuni. Ich für meinen Teil fürchte weder Bima noch einen seiner Brüder. Ich bin für den offenen Kampf und kann mich keinem feigen Plan anschließen, aus dem Hinterhalt über sie herzufallen. Damit wandte sich Karna der Tür zu. Duryodan versuchte, ihn aufzuhalten. Doch Schakuni meinte, er solle sich nicht sorgen. Lass ihn, er ist hitzig und unbesonnen. Doch er wird stets an deiner Seite bleiben. Und, ich sage dir, ehe du dich versiehst, wirst du auf seine Kraft und seinen Heldenmut angewiesen sein. Dann teilte Schakuni Duryodan seine Idee mit. Der Prinz sollte seinen Einfluss bei seinem Vater geltend machen, um sicherzustellen, dass die Pandavas nach Varanavata geschickt würden. Der gerissene Schakuni hatte die Lage so sorgfältig durchdacht. Er kannte Derashtras Denkweise. Wenn du Druck auf deinen Vater ausübst, wird er bestimmt auf diesen Vorschlag eingehen, mein Prinz. Duryodan, der Schakunis Urteil vertraute, stimmte bereitwillig zu. Gemeinsam mit seinem Onkel arbeitete er die Einzelheiten des Planes gewissenhaft aus und zog dann los, um mit dem König zu sprechen. Dhritarashtra saß allein in seiner Kammer, sein Kinn auf seiner Hand gestützt. Er hatte Duryodans Wut nach Judishtiras Einsetzung bemerkt. Seit dem Tag der Zeremonie hatte der Prinz kaum noch mit ihm gesprochen. Dhritarashtra war verstimmt deswegen und hatte mit Schakuni gesprochen. Sein Schwager hatte dann vorgeschlagen, er solle mit einem Brahmanen namens Kanika sprechen, einem Sachverständigen für Politik und Staatskunst. Kanika war ein Freund Schakunis und von gleichem verschlagenem Wesen wie dieser. Als der König den Brahmanen um Rat fragte, entgegnete dieser, Dhritarashtra solle die Pandavas sofort töten. Wenn du diese Brüder als deine Feinde betrachtest, solltest du dir keine Gewissensbisse machen, mein König. Zögere nicht, sie müssen ausgemerzt werden, ehe sie zu stark werden. Ansonsten wird deine Stellung ernstlich bedroht sein. Kanika schlug vor, der König solle ihre Ermordung im Geheimen vorbereiten. Äußerlich soll er ihnen gegenüber freundlich bleiben. Doch sobald sich eine Gelegenheit zeige, solle er zuschlagen. Für eine offene Auseinandersetzung wirst du bei deinen Ministern keine Unterstützung finden und auch das Volk wird wenig erfreut sein, wenn es mitbekommt, dass du den Pandavas etwas antust. Dhritarashtra erwog Kanikas Ratschlag. Wie könnte er jemals gegen die Söhne Pandavas, die Söhne Pandus, Hand erheben? Welchen Sinn machte es, sie als Feinde zu betrachten? Hätten sie ihm je etwas getan? Doch als der König an Dojodan dachte, geriet er ins Schwanken. Sein Sohn würde in der Gegenwart der Pandavas niemals glücklich sein, und er würde auch niemals den Thron besteigen. So viel war klar. Und dass das Volk oder selbst die Kuru oberhalb der Dojodan jemals Judishthira vorziehen würden, stand außer Frage. Ja nicht einmal einem seiner Brüder. Schon viele Berichte waren ihm zu Ohren gekommen, was das Volk dazu meinte. Der Thron soll nun Judishthira übergeben werden. Weshalb sollten wir von einem blinden Drittarashtra regiert werden? Dem König war klar. Entweder musste er mit Dojodan ein ernstes Wort reden und ihm beibringen, dass Judishthira der nächste König sein werde, oder er würde Kanikas Rat befolgen müssen. Anfreunden mochte er sich jedoch mit keiner der beiden Möglichkeiten. Während der König so vor sich hin grübelte, hörte er plötzlich mit schweren Schritten Dojodan nahe hin. Der Prinz trat vor ihn und Drittarashtra, der seinem Sohn die Aufregung ansah, fragte ihn, was ihm fehle. Dojodan erwiderte, Ich habe besorgniserregende Neuigkeiten gehört. Es scheint, als wolle das Volk Judishthira sofort als König einsetzen. Sie sind nicht zufrieden mit dir, lieber Vater, und es scheint, als scherten sie sich auch nicht um mich. Der Prinz schritt beim Sprechen auf und ab, sodass der üppige Goldschmuck an seinem Gewand rasselte. Schon bald wird Schande über uns kommen. Mit Judishthira als König wird unsere Dynastie dem Unglück anheimfallen. Wie, glaubst du, wird uns der harsche und feindselige Bima behandeln? Wir werden zur Zielscheibe des Spots werden. Wir werden von jedermann abgelehnt und verachtet werden und unser Familienheim verlassen müssen. Dann teilte Dojodan seinem Vater mit, dass er einen Ausweg aus ihrer Notlage ersonnen habe. Vorsichtig enthüllte er ihm einen Plan, den er und Shakuni ausgeklügelt hatten, wobei er die Reaktionen seines Vaters aufmerksam beobachtete. Der Prinz war sich nicht wirklich sicher, welche Einstellung sein Vater den Pandavas gegenüber hatte. Zuerst einmal schlug er vor, dass die Pandavas unter dem Vorwand, ihnen Urlaub zu gewähren, zu den bevorstehenden Festen Avaranavata geschickt würden. Dojodan sprach mit leiser Stimme und sah sich im Königsgemach um, um sicher zu gehen, dass sie allein waren. Sobald die Brüder einmal in jener fernen Stadt weilen, nun wer weiß, was alles geschehen mag, möglicherweise kehren sie nie mehr zurück. Zatarashtra verstand sofort. Schnell hob er eine Hand und brachte seinen Sohn zum Schweigen. Nein, solches Denken ist höchst sündhaft. Wie könnte ich dir jemals gestatten, Pandus Söhne etwas anzutun? Mein Bruder war stets gütig und großzügig zu mir. Er gab mir dieses Reich, an dem ich mich nun erfreue. Ich hege weder gegen ihn noch gegen seine Söhne irgendwelche Missgunst. Nein, ich habe Pandu geliebt und genauso liebe ich seine Söhne. Doch noch während Drittarashtra sprach, überkam ihn wieder der gleiche Wankelmut, mit dem er seit Yudhishtiras Einsetzung gerungen hatte. Seine Stimme dämpfte sich. Und was würde das Volk denken, wenn wir die Pandavas fortschickten? Sie könnten sich sehr wohl gegen uns erheben und uns gewaltsam absetzen. Und ich bin sicher, dass Bishma und die anderen Oberhäupter der Kurus die Herrschaft der Söhne Pandus vorziehen würden. Duryodan lächelte. Diese Möglichkeit hatte er bereits in Betracht gezogen. Diese Furcht ist unnötig, mein König. Lass uns damit anfangen, durch die Verleihung von Auszeichnungen und Reichtümern die Gunst des Volkes zu gewinnen. Sobald unsere Stellung gefestigt ist, können wir die Brüder fortschicken. In ihrer Abwesenheit werden wir unser Ansehen im Volk ausbauen, bis die Zeit reif ist für meine Krönung. Und wenn ich König geworden bin, könnten die Pandavas sogar zurückkehren. Tatarashtra lehnte sich vor. Genau der gleiche Gedanke ist mir ebenfalls gerade in den Sinn gekommen, liebes Kind, doch ich habe ihn aus Furcht, mich zu versündigen, für mich behalten. Eine solche Handlungsweise fände bei Bhishma, Vidura, Throna und Kripa keinen Zuspruch. Diese weisen, tugendhaften Männer sehen keinen Unterschied zwischen den Kuros und den Pandavas. Wenn sie unseren Versuch erkennen, die Pandavas ihre Rechte zu berauben, werden sie dann nicht danach sinnen, uns zu bestrafen? Dojodan machte sich keine Sorgen über diesen Einwand. Er hatte einige Zeit damit verbracht, jede Möglichkeit eingehend mit Jakuni zu besprechen. Er trat näher an seinen Vater heran. Bhishma bleibt stets neutral. Er hat sogar geschworen, den Thron Hastinapuvas zu beschützen und du bist es, der auf diesem Thron sitzt. Was die anderen betrifft, so ist Thronas Sohn Ashwatthamar mein treuer Anhänger und Throna wird sich seinem teuren Sohn sicherlich nicht entgegenstellen. Kripa ist unser bezahlter Angestellter und seine Schwester wurde mit Throna vermählt. Aus diesem Grund ist uns seine Unterstützung gewiss. Widura mag gegen uns sein, doch was kann er schon ausrichten? Sein Lebensunterhalt hängt von uns ab und er besitzt nur wenig Macht. Dojodan drängte seinen Vater immer wieder darauf, die Pandavas fortzuschicken. Er beschrieb, wie er in ihrer Gegenwart so sehr litt. Der König sträubte sich noch immer, doch die Zuneigung zu seinem Sohn gewann schließlich die Oberhand. Er willigte in den Vorschlag des Prinzen ein und sprach, sorge aber dafür, dass dies für alle, außer für deine vertrautesten Berater ein Geheimnis bleibt. Dojodan stimmte zu und verließ frohen Mutes das Königs Gemach, um sofort alle notwendigen Vorbereitungen in die Wege zu leiten. Sein Vater jedoch wurde noch immer von Zweifeln geplagt. Dies war das vierte Kapitel. Freut euch auf das fünfte Hare Krishna ... ... ... ... ...